Meinte er. Eine Pistole. Bring mir eine Pistole. Braun fragte sich, wie lange man bei einem Kranken bleiben musste, um nicht unhöflich zu sein. Eine Stunde? Dann war er hier noch lange nicht fertig. Silvia ist nicht gekommen, fragte Onkel Kurt. Eigentlich war es keine Frage, sondern ein Vorwurf. Immerhin hatte er sich Silvias Namen gemerkt, sein Gedächtnis schien also noch zu funktionieren. Braun hatte Onkel Kurt als Kind gerne gemocht, allerdings nur bis zum 4. November 1978. Irgendwann im Sommer 1978 war Braun mit Onkel Kurt im Auto gefahren. Er erinnerte sich nicht mehr wohin. Das war auch unwichtig. Wichtig war, dass Onkel Kurt während der Fahrt erklärt hatte, dass er die Proteste gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwendendorf für Unsinn halte. Erstens wäre der Bau des Kraftwerks zehn Jahre davor von allen Parteien einstimmig beschlossen worden. Zweitens brauche man zur Modernisierung des Landes eben Strom. Und drittens sei Atomstrom der sauberste Strom, meinte er. Die Schweden hätten mehrere Atomkraftwerke und Schweden sei schließlich das modernste und umweltbewussteste Land der Welt. Braun gefiel, was Onkel Kurt sagte. Für das Kraftwerk sein, das war neu. Denn in der Sache Zwendendorf waren sogar die Liglers, die Nachbarn der Familie Braun, mit den Eltern einer Meinung. Braun merkte sich, was Onkel Kurt gesagt hatte. Als Onkel Kurt am 4. November 1978 zu Besuch kam, wurde beim Abendessen über die Volksabstimmung diskutiert, die am nächsten Tag stattfinden und über die friedliche Nutzung der Kernenergie und somit über die Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwendendorf entscheiden sollte. Braun mischte sich ein und wiederholte, was Onkel Kurt im Sommer im Auto gesagt hatte. Erstens hätten alle Parteien den Bau des Kraftwerks einstimmig beschlossen, zweitens brauche man Strom, wenn man das Land modernisieren wolle und drittens sei Atomstrom der sauberste Strom, meinte er. Die Schweden hätten mehrere Atomkraftwerke und Schweden sei doch das modernste und umweltbewussteste Land der Welt, meinte er. Die Mutter und der Vater sahen einander an, der Vater war bestürzt, als die Mutter schüttelte den Kopf. Und nachdem Onkel Kurt endlich hinuntergeschluckt hatte, sagte er, ach Kinder schnappen überall etwas auf. Und im nächsten Satz kündigte Onkel Kurt an, selbstverständlich gegen das Kraftwerk zu stimmen. Braun erinnerte sich genau daran, wie ihn die Mutter, nachdem Onkel Kurt gegangen war, zu Bett brachte, am 4. November 1978. Braun hatte kaum mehr gesprochen, das hatte die Mutter vielleicht bemerkt. Was ist denn mit dir los, wirst du krank? fragte sie. Ich will, dass Onkel Kurt stirbt, sagte Braun. Eine Krankenschwester betrat den Raum. Onkel Kurt ignorierte sie oder schien sie gar nicht gesehen zu haben. Bring mir eine Pistole, ich will sterben. Nein, ich will tot sein. Wie lang würde er wohl bei seiner Meinung bleiben? Und jetzt, ich will den Raum. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020